Vers 7, da heißt es, sie sprachen zu ihm, es hat uns niemand eingestellt. Ja, also die Frage ist, warum steht hier den ganzen Tag unter dich? Sie sprachen zu ihm, es hat uns niemand eingestellt. Dann stehen wir hier also einfach unter dich rum. Und das ist natürlich auch einfach ein Beispiel für schlechte Arbeitsmoral. Ich meine, es lässt sich hier viel Tolles rauslesen. Das ist ein Beispiel für schlechte Arbeitsmoral. Einfach keine Initiative. Einfach dastehen, es hat uns niemand eingestellt. Okay, wie wäre es, wenn du einfach etwas machst? Wie wäre es, wenn du auf Arbeit siehst, oh, die Toilette ist dreckig, dann putze ich die Toilette. Ja, das ist nicht meine Aufgabe, das ist nicht meine Abteilung. So sollten wir nicht denken irgendwie, das ist nicht meine Abteilung, das ist nicht meine Aufgabe. Und schau, wir alle haben wahrscheinlich manchmal irgendwie so einen dummen Gedanken, aber sei demütig, ergreife Initiative und schau, dein Chef wird das sehen. Und er wird dich dafür belohnen, garantiert. Gott wird sicherstellen, dass du belohnt wirst für deine Arbeit. Ergreife Initiative, sei nicht wie diese faulen Leute, die den ganzen Tag untätig dastehen und dann einfach so sagen, das hat uns niemand eingestellt. Loser, mach selbst was. Ergreife Initiative, sieh, wo Arbeit zu tun ist.